Grüßt euch, bei mir hat sich jetzt Carmen eingefunden. Servus Carmen. Hallo. Carmen, wir sollen mal deinen Traummann finden, oder? Ja, genau. Dazu müsst ihr erst einmal ein bisschen was über dich wissen. Möchtest du was erzählen? Ja, klar. Also ich bin Carmen, bin 18 Jahre alt, komme aus Regensburg und ja. Okay, und freizeitlich, was machst du? Also ich mache gerne was mit meinen Freunden, bin meistens eigentlich sehr oft unterwegs. Okay, fuhre ich auf der Ruhe aus? Ja, eigentlich schon. Okay, wer darfst du ihn selber beschreiben? Ja, eigentlich, manchmal bin ich unpünktlich, aber das ist eigentlich bei mir nicht so normal, aber meistens. Aber ich bin viel mit meinen Freunden unterwegs, also eigentlich. Okay. Bist du eher Lustige oder eher Ruhige? Eher die Lustige. Okay. Wie stehst du deinen Traummann vor? Ja, eigentlich Südländer. Humor, er muss nett zu mir sein, er sollte nicht so oberflächlich sein. Und eigentlich immer Zeit für mich haben und nicht so oft irgendwie sagen, ja, nee, ich will nichts mit dir machen, ich habe was anderes vor. Also schon einen romantischen? Ja, genau, eher so romantisch. Okay. Gibt es irgendwas an dir, wo du sagst, mit dem muss er klar kommen können, wenn er mit mir zusammen sein will? Ja, ich bin manchmal eifersüchtig, wenn er mit zu vielen Weibern unterwegs ist, aber ansonsten nichts eigentlich. Okay. Bist du ganz ein Ungänglicher, gell? Ja, eigentlich schon. Okay, super. Das war jetzt Carmen. Bitte meldet euch bei ihr. Führt euch. Okay.